Giuseppe Biava ist ein italienischer Fußballspieler. Vereinskarriere Giuseppe Biava spielte in seiner Jugend bei Atalanta Bergamo. Im Alter von 18 Jahren wechselte er zum damaligen Viertligisten Albinese Calzico. 1998 fusionierte sein Verein mit dem SC Leffe zum UC Albino Leffe und Biava spielte noch zwei weitere Jahre dort. Danach wurde er für eine Saison an Asbiel Lese 1902 ausgeliehen, ehe er 2001 erneut zu Albino Leffe wechselte und dort bis Ende 2003 spielte. Aufgrund seiner guten Leistungen wurde er im Januar 2004 von US Palermo verpflichtet, die am Saisonende nach 32 Jahren erstmals wieder den Aufstieg in die Serie A meisterten. Mit Palermo schaffte der Abwehrspieler gleich in der ersten Erstliga-Saison einen überraschenden sechste Platz und damit die Qualifikation zum UEFA-Pokal. Erfolgreichster Torschütze war damals Luca Toni. Auch in der Folgesaison erreichten die Rosanero die Qualifikation zum UEFA-Pokal, allerdings begünstigt durch den Fußballskandal in Italien. Im Juni 2007 verlängerte Biava seinen Vertrag bei Palermo bis zum 30. Juni 2009. Trotz der Verlängerung wurde er bereits ein Jahr später vom Liga-Konkurrenten CFC Genua verpflichtet. Erfolge Coppa Italia Sieger